Hey Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Titan Quest. Ja, ähm... Hätte ich geschrieben was... Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo es weitergeht. Wir müssen, also... Ich muss mal gucken, ob das hier überhaupt ist. Ob das nicht hier schon ist. So, hier ist... Amute... Amensis... Das Grab kann ich mir gar nicht sehen. Und die kommentarweise irgendwie auch nicht. Dann laufen wir halt mal ein Stück. Hier ein Grab von... Mirantep. Hier ein bisschen. Grab des... Grab von Ramses. Da müssen wir hin. Leute, ich habe jetzt gefunden, wie es weitergeht. Also zumindest, ähm... Ist an dem Forum drin. Ja, das ist das Grab des Ramses und was ich suche. Also, was derjenige sucht, der es als erstes geschrieben hat. Weil ich nicht der Einzige bin, der es nicht findet. Ja, ich bin gerade schon mal ein bisschen aufgenommen, da haben wir die Spektralmaterie bekommen. Aber da wollte ich mich, ähm, noch mehr, ähm, noch natürlich hin. Ich lade das jetzt nicht hoch, weil ich, äh, keine Ahnung hatte, wo ich hin musste. Und ich wollte das euch jetzt, ähm, ganz genau zeigen. Zum Kraft des Ramses waren wir doch schon drin. Wo sind wir denn da dran? Wow. Wow, 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 wow. Jetzt werden wir überholt von Zeug. Müssen wir kurz erstmal die Scheiben zusammenfügen. Oh, so, wir kriegen da jetzt noch eine, was wir nicht, glaube. Okay, nein. Also, dann werden wir jetzt erstmal kurz die Scheiben zusammenfügen und dann werden wir zum Grab des Ramses latschen. Wobei ich glaube, dass wir im Grab des Ramses schon drin waren. Also, ja, das müsste wahrscheinlich eine Fehlinformation gewesen sein. Denk ich mal, aber wir gehen jetzt erstmal der Information nach. Wo ist denn der Träger? Ne, das ist ein Händler. Meine Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schau selbst, du wirst keine besseren finden. Bis dann. Ja, in Ägypten werde ich keine besseren finden. Ähm, warum gehe ich denn hierhin, wenn ich nur zum Lagerraum muss und nirgendwo weiß, wo einer ist, auswändig zu mir ist. Außer in Rakotis. In Rakotis oder Rakotis. Was auch wenn ich mich? Fragt mich bitte nicht. Ich bin kein... Ich bin kein... Wo ist der Pauli Junge? Ach, hallo. Ja, hi. What the... What the fuck, wir haben nicht voll. Okay, dann kommen wir zu den vollen Scheiben hier. Und hier haben wir nur drei. Ich dachte, war das schon. Nein, alles gut. Ja, dann... Warst du es eigentlich erstmal? Bis dann. Ja. So, dann müssen wir zum Kraft des Ramses gehen. Im Forum stand drin, mit der Eingang wäre Kraft des Ramses. Dann überprüfen wir das mal. Wenn nicht, dann laden wirkt. Nicht einen gewasteten Part hoch. Aber... stört mich eher weniger. Dann zieht sich das Projekt nur ein bisschen in die Länge. Was mir eigentlich auch egal ist, da ich gesagt habe, ähm... erst bis zum... neuen Jahr, wo ich das ganze Hochkünfte, äh, das neue Projekt anfangen. Da ich mir... nicht viele Ziele, ähm... Ziele gerade stecke, also was neue Projekte angeht. Alte Projekte kann ich gerne mit Ziele setzen. Äh, gut, warum habe ich auch... die alte Regeln vergehen, dass im Zweifelsfall immer den Gegner nach... ...schöne, was kann die... Jetzt kriegen wir noch einen Außenpanzer, yeah! Erstmal die Hochschulung angucken. Okay, die ist für einen anderen Charakter da, wenn wir die, ähm... Wenn wir den mal spielen sollten, oder... Falls irgendein anderer sagt, er braucht einen Außenpanzer dringend. Hier waren die aber eigentlich auch schon drin. Ah, okay, wir sind nicht ganz okay. Was für ein Idiot bin ich? Ich laufe zum Grab des Ramses. Ich laufe da rein. Ich laufe fast alles ab. Aber den wichtigen Teil laufe ich irgendwie nicht ab. Yay! Ich bin ein Idiot! Offiziell bin ich jetzt in diesem Spiel ein Idiot! Und dabei habe ich dieses Spiel so oft durchgespielt. Aber in Ägypten kann ich mich ja irgendwie kaum erinnern. Ist auch eine Weile her, dass ich das Spiel zuletzt privat durchgespielt habe. Okay, werde ich ja nicht mal ganz durchspielen. Ich lasse die letzte Welt aus, weil ich keinen Bock auf die habe. Sorry, aber ich habe echt keinen Bock auf die. Die ist echt so kompliziert. Und da war ich auch nicht so oft drin, ja. Ich war einfach da nicht oft drin und... Die würden die Parts immer verzögert kommen und so. Und dann... Das wollt ihr ja alle nicht haben. Ich weiß, wir hätten auch das normale Spiel nehmen können. Aber ich finde es mit dem Träger macht es dann einfacher. Und dies, das, Alanas. Jetzt laufe mir den Weg nochmal. Mal ganz kurz. Hier kurz. Kabel. Ich habe hier wirklich viel Kabelsalat. Aber bald wird sich das ändern. Als was heißt bald. Bis zum neuen Jahr wird sich das auch ändern. Ich habe jetzt keinen Bock auf euch. Geht mal weg. Wenn hier noch eine Maschine ist, dann ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Das war kein Gift-Zombie. Wir können die Lautstärke ein bisschen lauter machen. Und der hat mich gerade nur bei der ersten Aufnahme irgendwie ein bisschen genervt. Weil da eine Musik da war, die konnte ich nicht abzuhören. Wenn ich jetzt gar keine Musik habe, dann nur die Umgebungsgeräusche. Also da geht es weiter. Okay. So. Also dann. Auf geht's. Warum ich da nicht weitergelaufen bin? Ähm. Joa. Was habe ich nur falsch gemacht? Dass ich da nicht weitergelaufen bin. Steinschlob. Hey. Steinschlob. Hey. Schau mal her. Wir hauen euch zu brei, hier Steinklöpfe. Naja, wir hauen euch zu dem Stein, aus dem ihr gemacht wurdet. Sagt, fahrt mit. Ja, ja. Ja, ja. Archimedes Spiegel, Arcane Formel, Bernstein Flakon. Ich glaub, die haben wir noch nicht. Was braucht man dafür? Es sind von Artemis Burgensehne, haben wir nicht. Reines Gefieder, weiß ich nicht, ob wir das haben. Und Schildkrötenpanzer, ja, Schildkrötenpanzer dürften wir noch einen haben. Aber alles andere wird ein bisschen schwierig. Geld dafür haben wir auch genug. Ich werd einfach mal kurz schnell schauen, ob wir das haben. Wir sind ja jetzt hier am richtigen Ort. Wird ein etwas längerer Part, aber stört mich jetzt weniger. Aber beschweren kann man sich da eher weniger, wenn ihr mal einen längeren Part kriegt. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wo ist der faule Junge? Ach, hallo. Oh. Athlet, Sternherz, Phantomwächter, ewige Nacht, Todesrassel und Todesrassel. Okay, nein, wir haben keinen Wärmsteinflakort. Das ist gut, das brauchen wir als Schildkrötenpanzer. Reines Gefieder. Da sind nur erkanntes Gefieder, naja, okay. Wir haben kein reines Gefieder. Ja, das ist ja super, was brauchen wir noch? Artemis Burgensehne, Burgensehne. Da haben wir nur zwei. Oh, okay. Na ja, klar, dass wir keine Bogensehne haben, aber dass wir kein reines Gefieder vollständig haben. Dann muss ich mal farmen gehen. Dann muss ich echt mal farmen gehen, dann. So, müssen wir das Ganze hier vollkriegen. Das Zeug fangen wir mal hierher. Warte mal, hier ist ein Archimedes Spiegel. So, Archimedes Spiegel hätten wir jetzt vollständig. Aber keine Bogensehne. Das war's. Wir haben keinen Platz mehr. Naja, ihr habt doch Platz, aber es ist nicht mehr viel, was da... Beeilung, die Monster kommen bald. Was möchtest du? Nein, zack. Schnell, bevor ich einpacken muss. Danke. Fack, 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 fack. Dreck holen wir gleich, jetzt muss ich erst mal hier hin. Hast du diesen nichtsnutzigen Diener gesehen? Nein, ich hab niemanden gesehen. Bis dann. Tschüssi, wir sehen uns. Ja. Was? Was? Was willst du von mir? Ich will nur deine Tränke haben. Auf Wiedersehen. Also starr mich nicht so von der Seite an. Äh, ja, WhatsApp machen wir gleich. Wenn wir erst mal hier sind. So, jetzt. Nur kurz. Bei manchen Leuten, wenn ich da nicht gleich schreibe, dann... Dann fühlen die sich, als geht denen ihre Welt unter. Zumindest, wenn die nichts zu tun haben, dann fühlt sie das immer so an. So, äh, schreibt mir doch, dass wir nichts zu tun und so. Ich hab doch noch was anderes zu tun, als mit euch zu schreiben. Wobei die Person nett war. Ich hab gerade schon mal so, wie ich... Also, es liebensinne von die Person. Nicht, dass ihr jetzt irgendwas denkt. Also, ich find die Person nett einfach. Ja, machen wir hier weiter. So, laufen wir da mal weiter. Echt keine Ahnung, wo es da lang geht. Ich laufe einfach gerade nicht so lang. Also, diesmal laufe ich es wirklich komplett ab. Wahrscheinlich nicht in diesem Park alleine. Wenn wir den gefunden sind, werde ich da stoppen, aber... Ansonsten werden wir jetzt wohl ganz laufen. Yay! Dann habt ihr halt ein Überlänge-Part. Und ich mach schon 30 Minuten-Parts. Ja. Aber meistens sag ich, es wird ein Überlänge-Part und dann wird das gar nichts. Hier ist doch das, was wir suchen. Ja, ein Terkine. Ich muss das. Sieg den nächsten Terkine! Dann müssen wir so Immotap laufen. Okay, dann weiß ich auch, wo wir jetzt nichts raus müssen. Ich bin ja 727 und wir können den immer noch nicht so einfach besuchen. Und dann kommt's schon. Das wird dann keine Ahnung, die Blut zu vergessen. Wir wollen keine Blut zu vergessen, was wir verlieren müssen. Okay. 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 Jetzt kommt's schon! Ich denke, das ist keiner neben meinem Freund, genau, der erster ist. Gut, mach mal hin, ey! Wir haben die Verlichten! Los, wenn wir da was, einfach nicht mehr. Geil! Los, Herr Kine! Los! Was macht das? Sorry, ich bin jetzt wieder da. Ich wollte meinen Controller verwalten. Und es geht nicht. Der Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino. Ich würde es gerne nicht aufschrauben, wenn ich es so sauber machen kann. Das ist noch das kleine von den Übeln. das ist ja ja hier auf jetzt ja ja das ist das der So, endlich Die Schiefertafel Yeah, und was wirst du wieder fallen? Okay, okay, okay Und knete den Rest, der nicht mehr ist, nicht mit Okay Also, jetzt haben wir es doch geschafft Hier haben wir die Steintafel Eine Die seltsamen Halbzamen Vogelfüße im Ton Erinnern an Was? Vogelfüße im Ton? Äh, Blitzwiderstand, Blitzschaden Und Blitzschaden Äh, der Kältewiderstand kam weg Ah, dann würde sich doch wohl jemand freuen Und unser Steindiener ist tot Ja, dann müssen wir jetzt zu Immotep gehen Ich glaube, ich weiß, wo wir dann weiter lang müssen Ja Ah, sorry, ich muss ja Husten Aber das ist jetzt erstmal egal Wo ist der faule Junge? Ach, hallo Kein fauler Junge, nur ich Wow, das ist unsere erste Scheibe von dem Von von Anubisorn Okay, ich bin gerade etwas verwundert Bin gerade etwas verwundert Aber egal, jetzt gehen wir erstmal zu Immotep Und geben ihm alles ab Yeah, der müsste in Rakotis stehen Äh, nein, in Memphis, sorry Ach, ich komme da ganz durcheinander Muss nebenher auch sein Ich weiß, man sollte das nicht in das Place machen Ich war ein Hättest du nicht bereits einen Telkin Ah, wohin muss ich die Tafel bringen? Hinten ist der bessere Tafel Ich kann nicht gleich sagen, dass er nach Theben geht Hast du die Persönlichkeit, dass er nach Theben steht? Yay So, ab nach Theben Hier ist wieder eine nervige Musik Immer noch So ist es besser Mia, Elmuth, help Du hast den Telkine besiegt? Hervorragend Vielleicht gibt es jetzt noch Hoffnung Du hast den Telkine bedacht Das Tor ist offen Ja, ja, ich weiß So, und Und hier Werde ich den Palt erstmal beenden Wir haben jetzt schon einiges geschafft Ich habe zwei Punkte bekommen Die wir momentan hinpacken Ehrlich gesagt Keine Ahnung, wo wir die hinpacken wollen Ah, doch Ich weiß Wir packen hier einen hin Und den anderen Punkt Packen Erstmal hier hin Die nächsten Punkte werden wir ja nehmen Um hier oben weiter zu machen Da oben dann auch Die Musik ist ja gerade echt Ein bisschen zu nervig So, auf jeden Fall werden wir Wir haben hier für heute stehen lassen Vielen Dank für's Zusehen Und bis zum nächsten Mal Tschau Leute